hallo in dem video wollte ich mal zeigen wie ihr hinter ein video was ihr aufnimmt direkt musik legen könnt ihr könnt ihr quasi ein video von euch machen wie ihr improvisiert oder wie ihr quasi spielt oder karaoke oder sonstiges macht ein lied nachsinkt dass es so aussieht so oder halt wenn ihr irgendwelche landschaftsaufnahmen macht also wenn ihr gleich direkt ein musikstück irgendwas dahinter mitlegen wollt dazu müsst ihr einmal die kamera euch im hintergrund legen und youtube ich habe das jetzt schon mal hier gemacht youtube und die kamera dann müsst ihr oben auf dieses kamera symbol gehen also wenn ihr in diesem app drin seid ja auch über die drei punkte habt ihr ja die apps was im hintergrund geöffnet habt da geht ihr auf die drei punkte dann wählt ihr geteilten bildschirm öffnen so jetzt habt ihr die kamera und dann können wir gleich auch youtube öffnen so und wenn ihr jetzt oben auf video umstellt ich mache jetzt hier einfach auf play und hier auf auf aufnahme noch mal auf play so wie ihr gesehen habt ich bin da nicht so der sich auch gerne selber filmt oder sonstiges da jetzt habt ihr ja hier quasi so könnt ihr euch musik quasi dahinter legen vielleicht hat es jemand gefallen vielleicht wusste es noch einer nicht und so habt ihr jetzt die möglichkeit mal euch selber musik im hintergrund zu legen ich wünsche euch viel spaß damit danke ciao